Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einer weiteren Part der Let's Play Toku Mirage Sessions. Ich bin Säure, der BZ-Bafx und ich bin mal wieder richtig gut gelaunt. Beim letzten Mal haben wir es nämlich geschafft an diesen hässlichen Bossfight Besiegmann. Er war unglaublich hart und ich weiß nicht mal wie er heißt, aber dieses merkwürdige Drum da, der sah auch nicht so cool aus wie der Trauch oder so. Der Trauch war aber noch furchtbarer. Nun gut, wir haben den Bossfight geschafft nach drei Versuchen, also echt eine akzeptable Zahl. Beim anderen habe ich fünf Versuche gebraucht. Yashiro ist einfach abgehauen, was ich ziemlich merkwürdig finde. Und Taraschino ist wieder frei und ich denke, Zubate wird nun die beste schnupfende Detektivin sein seit Detektiv Conan. Ich bin so großartig, wie er noch nicht in der Zeit gekommen ist. Ich bin so großartig, was ich bin so großartig, wenn ich nicht in der Zeit gebebe. Das ist wirklich... Was... das ist... Das ist die ganze Zeit… Ich bin so großartig, was ich in der Zeit gekommen bin. Ich bin so großartig, ich bin so großartig, ich bin so großartig. Das war's für mich. Was war das, was ich zu wissen? Das war's für dich. Was ist das gut, Yotsuki? Ich bin sicher, dass ich mich nicht mehr so aufhören. Ich glaube, dass ich mich nicht mehr so aufhören. Ich glaube, dass ich mich nicht mehr so aufhören muss. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr so aufhören. Ich bin wieder in den Stadion. Ich bin wieder zurückgezogen. Ich kann es wieder sehen. Ich kann es nicht mehr so glücklich sein. Ich kann es nicht mehr so gut in Idle-Sophia sein. Ich habe mich nicht mehr als ich, wenn ich mich nicht mehr so fühle, was ich nicht mehr so fühle. Ja, ich bin bereit. Oliver? Oh, der guckt! Oliver, ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht mehr so fühle, was ich? Ich habe das Gefühl, dass ich mit dir filmen habe. Ich habe mich mit Olibe geholfen, und habe mich geholfen. Ich habe mich mit Olibe geholfen. Ich habe mich mit ihm geholfen. Ich verstehe. Ich habe mich mit ihm geholfen. Ich verstehe. Aber ich habe mich daran erinnert. Olibe. Ich habe mich mit dem Titel. 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 Ich war mir nicht schief. Ich habe mich mit dem Titel. Ich habe mich mit dem Titel. Ich bin der anderen Seite. Ich bin der Verkauf. Diese Verkauf ist in der Welt. Das ist wirklich ein Verkauf. Ich bin der Arbeit. Ich bin der Fall. Ich weiß nicht, dass ich mich überrascht habe, was ich zu sagen. Okay, bitte. Diese Maho-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu! Bin… Ich weiß nicht, dass sie nur eine unterhalb Ihrer Person, der Teil der Terminale hie88-Dihose-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu und noch klicke. Was男 Güter und Huchu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu! Danke schön! Ich freue mich sehr, aber ich freue mich sehr. Danke schön! Und du bist so, Tzuba-san! Danke schön! Es war einfach so schwer, aber ich habe mich ohne MAHO-chan gemacht. Ich freue mich sehr, Erii-chan. Ich freue mich sehr. Ich... Ich? Ja, ich glaube, dass du nicht so gut bist, wenn du nicht so gut bist, wenn du nicht so gut bist, wenn du nicht so gut bist, dass du nicht so gut bist. Ich glaube, das ist natürlich nicht so gut. Ich danke dir von Hollywood. Ja, wenn du auch noch ein paar Arbeiten hast, dann kannst du noch mehr Sachen erzählen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, das stimmt. In diesem Dramat sind wir auch mit Erii und Itsuki, und ich freue mich. Tsurugi? Warum hat der Tsurugi hier? Ah, das war sehr, Yasiro. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Aya, danke für Sie. Ich glaube, alle wissen, aber er ist der Tsurugi, Yasiro. Sie werden heute mit dem Holtzner. Ich freue mich. Tsurugi... ...San... ...Holtzner? ... 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 Ihr Konzertkostüm sieht einfach mal tausendmal was aus. Als das Standardding. Yashiro ist so irgendwie so das Gegenstück zu uns, Mann. So. Er ist halt so die dunkle Seite, das Schwert. So ein zweischneidiges Schwert. Wir sind die gute Seite und er ist die böse Seite. Und er ist unser lang verlorener Bruder. Ich wollte nur ein bisschen hier Tiki... Eigentlich ein bisschen, dass wir so die Angst nehmen, vorhin war. Ich hab schon Angst vor dem, Mann. Der sieht immer noch so böse aus, Mann. Ich trau dem Typen immer noch nicht, Mann. Ja, okay, kein Problem. Nimm mal die Party. Ja, wieso nicht, Mann? Wieso einfach nicht? Ich hab's doch immer... Hey, Leute, ich hab gesagt, er ist entweder der Antagonist oder er kommt irgendwann mal an unsere Party. Am Ende ist beides gekommen. So, Victory World. If Ankerzinn is at the end of battle, it's a good autumn, it's a good time for fun. Ja. Lieber wär's mir, wenn er einfach mal so im Kampf einfach mal so wieder aufstehen würde. So. Das wär mir um einiges lieber, aber okay. Sonst haben wir nichts, oder? Schade. Hier, eins fehlt uns noch. Dann können wir hier irgendwie den super Ultra... Sorry, wichtigen... Skill machen. Was brauchen wir hier? The Power to Price given by audience. Das haben wir immer... Was ist das? Adds another skillslot to command skills. Moa, ist jetzt ne ganz so wichtig. Da haben wir schon wichtiger, dass es gab. Kann ich auch nicht machen. Das ist... Was ist denn das? Das ist der Power to Price und wir haben das nur einmal. Verstehe ich wirklich nicht. Okay. Smashet hier schon wieder. Das ist doch dumm. Bis jetzt haben wir so nie eine Sterne gefehlt, aber okay. Vielleicht... Ich weiß gar nicht, was wir dafür machen müssen. Vielleicht eine sechsfache Session machen oder eine fünffache Session zumindest. Hey, nicht mal Open Edition kann man machen. Das ist der wichtigste Skill, man. Rebaron braucht man nicht. Obwohl, da haben wir hier doch alles. Oder warte, habe ich das noch einmal? Machen wir erstmal den wichtigsten Skill. Endless Act. Once a battle... Ja, okay. Wenn Rushiro ist in battle, damage done to enemies through counter-attack, repel and crease. Machen wir das, das hört sich geil an. Wir werden Yashiro so spielen. Wir werden alle auf Konter stellen. Wir werden Mamori, Itsuki und ihn in der Party haben. Dann werden wir ihm sagen, hey, stell dich hinten rein. Und Konter die ganze Zeit. Und ja, das passt. Er bräucht dann auch noch diesen Skill, dass Attacken auf ihn gelenkt werden. Weil Mamori hat auch diesen Skill, dass... Also, die Konter, ich habe ihn verlernt, weil ich finde, er ist nicht so sinnvoll. Mich kotze ich schon an, dass Mamori im Kampf einfach so vorspricht. Hey! Eine Attacke, die Itsuki treffen würde. Sie würde ihm zu 100 Leben abziehen, man. Und es ist nicht seine Schwäche, aber ich hüpfe davor, obwohl es meine Schwäche ist. Das habe ich im letzten Boss-Wall so abgefuckt, man. Das war die dümmste Aktion überhaupt, man. So, Vendetta. Wenn jemand schon einen Skill hat, der Vendetta heißt, man. Dann hat er entweder eine Guy-Fawkes-Maske auf und nennt sich V. Oder er ist böse. Obwohl, V ist auch nicht so der freundlichste Zeitgenosse. Lieber so ein, das ist eigentlich ganz so unnötig, oder? Also, oder warte. Achso, Increased Appearance Rate of Savage and Rare Enemies. Ja! Savage Enemy! Dein... Mein Traum wird wahr, man. Mein Traum wird wahr. Kann ich gegen noch mehr Savages kämpfen? Wie viele Savages haben wir jetzt besiegt? Ich glaube, wir haben ganz am Anfang gespielt. Es war einmal an die besiegt, aber seitdem nie wieder. Seitdem nie wieder. So. Wir haben auch, glaube ich... Oh, ich hätte so gerne ein Class-Change-Eat, man. Aber ich weiß nicht mal, wo ich das bekomme, man. So. Gehen wir mal kurz in die Wardrop. Schauen wir uns mal um. Okay, zu Basatus, die Waffe gemeistert. Dann rüsten wir die ein bisschen schlechter aus, weil da kannst du dann nicht noch nach oben pushen. Alle anderen haben noch Waffen, die man noch ein bisschen leveln kann. Dann passt alles. Ihr seht. Der gute Yashiro ist jetzt auch hier da. Und jetzt liegt er doch. Jetzt liegt er auch. Ja, aber er schaut so grimmig. Alle lachen oder schlafen oder schnarchen, so wie Barry. Aber er ist der Einzige, der so grimmig schaut. So. Wir haben nicht zufällig wieder ein Item, dass wir hier einen Klassenwechsel machen können. Perform Class-Change. Ich glaube, ich werde wieder zurück-changen, oder? Wäre das eine coole Idee. Uh, zwei haben wir. Ich will wieder zum Great Lord werden. So, was machen wir? Oh, nein. 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 Ich weiß es nicht, Mann. Ich muss halt... Ich wollte eigentlich niemals sie in der Party direkt haben, aber ich meine, sie ist halt einfach so krass, Mann. Mit ihrem riesigen Lebensraum. Alter! Okay, schau dich an. Das ist der aktuelle Traug. Okay. Ah! Hey, mir fällt gerade auf... Ah! Mir fällt gerade eine sehr dumme Sache auf, nämlich, dass es zwei Dinger hier gibt. Ah, okay. Ich dachte... Ach! Das fällt mir erst ernsthaft jetzt auf. Ähm, okay. Was ist hier der Unterschied? Der ist einfach besser, ist der, oder? Schaut euch mal an. Alle Skills, also alle Schwächen sind dieselben. Verstehe gar nicht. General? Und was ist der Unterschied? Ach, sorry, sorry. Und use all through unbreakable defense and healing skills. Nein, nein, nein. Defense. Offense excel over defense. For miraculous assault. Eigentlich hört sich das viel geiler an, finde ich, aber... Ah, jetzt sehe ich das erst, Mann. Balance power, healing support. Nein, ich will natürlich Offense, Mann. Das haben wir schon einen richtigen Skill genommen. So, Viren. Was haben wir hier? A lethal agent of darkness. Ich dachte, es wäre die Klasse, mit der wir anfangen. Und das wäre die nächste. Ist ja okay. Eine Alex Skills and terrorizing foes with shadow. Das haben wir hier. A gallant master marksman. Except archery. Ja, da muss ich eigentlich fast gar nicht überlegen. Da geben wir auf den Skill. Und Ellie auch, wenn du mich im letzten Kampf abgefuckt hast. Wir machen das jetzt. Assassin. Es ist eine 我們. Das war's für heute. 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 Elektrizität ist viel wichtiger als hier dann Bogenfähigkeiten, weil wir haben ja auch ein, zwei starke Bogenskills. Und wenn sie dann Elektro-Kombos mit Itsuki macht, ist das eh um einiges krasser. So, stellen wir auch hier noch das neue Waffe her. Boom. Und so. Ich hoffe, das war die richtige Entscheidung. Ich bin mir immer noch nicht sicher. Ich bezweifle es zwar, aber hey. So, es wird auch irgendwelche Leute geben, die dieses Spiel durchgespielt haben und diese Entscheidung getroffen haben. Hoffe ich einfach mal. So, wie viele Nachrichten haben wir? Okay, 40. Sollen wir langsam mal anfangen? Hey, wer steht denn da hinten? Ich bin mir immer noch mal anfangen. Ich bin mir immer noch. Ich habe mich mit einem anderen Weg geplant. Ich habe mich nicht nur mit Freunden geführt, sondern auch mit Freunden, mit Freunden zu entwickeln. Ich habe mich nicht mit Freunden geführt, aber ich habe mich auch alle Hilfe. Ich habe mich über die Kraft von Olibe und Olibe mit Freunden geführt. Ich habe mich überrascht, und ich habe mich überrascht, Ich bin froh, dass du dir das Kraft hast. Das hat sich ... ... dass der Kraft der Kraft nicht wissen. Das ist ... ... dass du hier in Fortuna gekommen bist. Ja, ich bin froh, dass du dir das Kraft hast. Ich habe mir die Möglichkeit gezeigt, dass du dir das möglich war. Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe. Ist das schon gut? Ja, danke dir dir. Die Yashiro und Navarro sind ein bisschen ähnlich. Ja, das stimmt. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Danke sehr, Herr Eichke. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall, Doga, die Hände zu einem Mann. Das ist ja der Grund, was er nicht so gut. Was ist denn das, was ich in der Welt zu kennen? Was ich in der Welt wissen, was ich nicht so? Ich denke, das heißt, dass wir in der Welt sprechen. Aber, was ich? Was ist das? Was ist das? Warum? Hier ist es Japan, oder? Das bedeutet, dass es Japan für einen Fall ist. Warum soll es Japan für einen Fall? Warum soll es Japan für einen Fall? Es gibt einen Grund, dass es für einen Fall der Japaner Garten ist. Was ist das? Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, dass es so, dass敵 ist, dass die Welt der Welt zu sehen ist. Und wenn ich das wirklich sehe, dann ist es ein bisschen zufrieden, oder? Du bist beeindruckend, wirklich. Wenn ich dich seitdem sehe, finde ich mich selbst über meine eigene Beziehung und Identität. Das freut mich, dass du stolz auf mich bist, mein Herr Krohm. Okay, einiges neues Verfahren beim letzten Mal mal ganz vergessen mit dem Draug zu reden. Jetzt haben wir noch mal schön mit ihm geredet. Denn Draug, der nun ein Konkerer ist, geht es gut? Uns geht es auch gleich gut, aber erstmal müssen wir hier eine Veggie-Juice-Eggs mal wieder trinken. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt an dieser Stelle einen kleinen Cut. Wir haben 43 Nachrichten. Ich muss gerade einen Screenshot davon machen. Bei jedem, außer bei Tiki und bei den Carnage-Kontakten, bei jedem habe ich Nachrichten, Hoffmann. Kein Bock, Leute. Wie auch immer. Ob wir diese lesen werden, oder ob wir das überhaupt in einem Part schaffen, erfahren wir erst beim nächsten Mal. Denn nun mal meinen kleinen Cut. Und beim nächsten Mal geht es weiter. Bis dahin, haut rein und auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.